Jäger der Finsternis Robert Bloch gewidmet Ich sah das finstre Weltenall gähnen, wo die schwarzen Planeten ziellos kreisen, wo sie kreisen in unbeachtetem Schrecken, ohne Wissen oder Namen sie zu preisen. Nemesis Vorsichtige Ermittler werden nur unter Vorbehalt die allgemeine Ansicht in Zweifel ziehen, Robert Blake sei von einem Blitzschlag oder einem schweren Nervenschock, der auf eine elektrische Entladung folgte, getötet worden. Es stimmt, dass das Fenster, dem er gegenüber saß, nicht zerbrochen war. Doch hat sich die Natur schon vieler abwegiger Darbietungen fähig erwiesen. Der Ausdruck seines Gesichtes hätte auch von einem ungewöhnlichen Muskelreflex herrühren können, der nicht mit etwas, das er sah, in Zusammenhang stand, während die Einträge in seinem Tagebuch eindeutig das Erzeugnis einer überspannten Vorstellungskraft sind, die von dem lokalen Aberglauben und Gewissen von Blake aufgedeckten alten Vorfällen erregt wurde. Was die unnormalen Zustände in der verlassenen Kirche von Federal Hill betrifft, der scharfsinnige Analyst zögert nicht, diese einer bewussten oder unbewussten Scharlatanerie zuzuschreiben, mit der Blake wenigstens teilweise in geheimer Verbindung stand. Denn schließlich war das Opfer ein Schriftsteller und Maler, der sich gänzlich dem Bereich des Mythischen, des Traums, des Entsetzens und des Aberglaubens verschrieben hatte, und er war stets eifrig auf der Suche nach Szenerien und Effekten bizarrer und gespenstischer Art. Sein früherer Aufenthalt in der Stadt, ein Besuch bei einem sonderbaren alten Mann, der eine ebenso tiefe Neigung zu okkulten und verbotenen Lehren hegte wie er, endete inmitten von Feuer und Tod, und es musste wohl ein morbider Instinkt gewesen sein, der ihn aus seiner Heimat in Milwaukee hierhin zurückführte. Er könnte von den alten Geschichten gewusst haben, wenngleich er in seinem Tagebuch das Gegenteil behauptet, und sein Tod mag einen erstaunlichen Schabernack im Keime erstickt haben, der für eine literarische Umsetzung bestimmt war. Zu jenen, die all diese Punkte untersucht und miteinander in Beziehung gebracht haben, zählen indes mehrere Personen, die an weniger rationalen und gewöhnlichen Theorien festhalten. Sie sind geneigt, einen Großteil von Blakes Tagebuch beim Wort zu nehmen, und vor allem weisen sie auf gewisse Tatsachen hin, wie etwa die außer Zweifel stehende Echtheit der alten Kirchenchronik, die erwiesene Existenz der unbeliebten und unorthodoxen Sekte »Weisheit der Sterne« vor 1877, den im Jahre 1893 amtlich belegten Vermisstenfall eines wissbegierigen Reporters namens Edwin M. Lillibridge und, vor allem, den ungeheuerlichen, angstverzerrten Gesichtsausdruck des jungen Schriftstellers im Augenblick seines Todes. Es war einer jener von diesen Dingen überzeugten, der sich in seinem fanatischen Extremismus dazu hinreißen ließ, in der Bucht den merkwürdig gewinkelten Stein und die dazugehörige, sonderbar verzierte Metallkiste zu versenken, die man im Glockenturm der alten Kirche entdeckt hatte, in der schwarzen, fensterlosen Turmspitze und nicht in der Turmstube, wo sich laut Blakes Tagebuch jene Gegenstände ursprünglich befunden hatten. Obgleich er offiziell und inoffiziell weithin dafür getadelt wurde, behauptete dieser Mann, ein achtbarer Arzt, mit einer Neigung zu seltsamem Volksbrauchtum, er habe die Welt von etwas befreit, das zu gefährlich sei, um hier zu verbleiben. Zwischen diesen beiden Positionen muss der Leser selbst eine Entscheidung treffen. Die Zeitungen haben die fassbaren Einzelheiten aus einem skeptischen Blickwinkel dargestellt und des anderen überlassen, das Bild so zu zeichnen, wie Robert Blake es sah oder zu sehen glaubte oder es zu sehen vorgab. Nun, da wir das Tagebuch genau, kühl und mit Muße studiert haben, wollen wir die dunkle Abfolge der Ereignisse ausdrücklich aus der Sichtweise des Protagonisten zusammenfassen. Der junge Blake kehrte im Winter 1934-35 nach Providence zurück und mietete das obere Geschoss eines respektablen Wohnhauses in einem grasbewachsenen Hof hinter der College Street, auf dem großen, nach Osten gelegenen Hügel in der Nähe des Campus der Brown-Universität und der nach John Hay benannten Bibliothek. Dies war ein gemütlicher und faszinierender Ort in einer kleinen Garten-Oase von dorfähnlicher Altertümlichkeit, wo große, freundliche Katzen sich auf einem bequemen Schuppen sonnten. Das rechteckige, georgianische Haus besaß ein Giebeldach, ein mit kunstvollen Schnitzereien verziertes, klassisches Portal, Fenster mit kleinen Scheiben und all die anderen Merkmale der Baukunst des frühen 19. Jahrhunderts. Im Innern gab es Paneltüren, weiße Dielen, eine geschwungene Treppe im Kolonialstil und weiße Kaminverkleidungen aus der Adam-Epoche. Im hinteren Teil des Hauses befand sich eine Reihe von Zimmern, die drei Stufen unterhalb des allgemeinen Fußbodenniveaus lagen. Blakes Arbeitszimmer, eine große südwestlich gelegene Kammer, überblickte nach einer Seite den Vordergarten, während die westlichen Fenster, vor einem davon stand sein Schreibtisch, dem Hang des Hügels abgewandt lagen und einen prachtvollen Blick auf die sich ausbreitenden Dächer der Unterstadt und den dahinter aufflammenden mystischen Sonnenuntergang boten. Am fernen Horizont waren die violetten Hänge des offenen Landes zu sehen. Vor diesen erhob sich in ungefähr drei Kilometern Entfernung der gespenstische Buckel des Federal Hill, strotzend von zusammengedrängten Dächern und Türmen, deren ferne Umrisse geheimnisvoll schwankten und fantastische Formen annahmen, wenn der Rauch der Stadt zu ihnen aufwirbelte und sie umstrickte. Blake hatte dabei die eigenartige Empfindung, er blicke auf eine unbekannte ätherische Welt, die sich vielleicht wie ein Traum auflösen würde, sollte er je versuchen, sie persönlich aufzusuchen. Nachdem er nach seinen Büchern geschickt hatte, erwarb Blake einige antike Möbel, die seiner Unterkunft angemessen waren, und ließ sich zum Schreiben und Malen nieder. Er lebte allein und kümmerte sich selbst um die einfachste Hausarbeit. Sein Atelier befand sich in einer nördlich gelegenen Dachkammer, wo die Fensterscheiben im Giebeldach ein bemerkenswertes Licht bewirkten. Im Laufe jenes ersten Winters brachte er fünf seiner bekanntesten Kurzgeschichten hervor, der Gräber tief unten, die Stufen in der Gruft, Schagai, im Tale von Pnat und der Fresser von den Sternen und bemalte sieben Leinwände, Studien namenloser unmenschlicher Monstren und zutiefst fremdartiger unterirdischer Landschaften. Bei Sonnenuntergang saß er oftmals an seinem Schreibtisch und blickte verträumt auf das westliche Panorama, sah die dunklen Türme der Memorial Hall direkt unterhalb des Hügels, den Glockenturm des georgianischen Gerichtsgebäudes, die hohen Spitztürme der Innenstadt und jenen schimmernden, spitzengekrönten Hügel in der Ferne, dessen unbekannte Straßen und labyrinthische Giebel seine Fantasie so machtvoll herausforderten. Von seinen wenigen Bekannten hier erfuhr er, dass sich auf dem entlegenen Abhang ein großes italienisches Viertel befinde, obwohl die meisten Häuser Überbleibsel aus den alten Tagen der Yankees und ihren seien. Dann und wann erprobte er seinen Feldstecher an jener gespenstischen, unerreichbaren Welt jenseits des sich kräuselnden Rauchs. Er pickte sich einzelne Dächer, Schornsteine und Kirchturme heraus und stellte Mutmaßungen über die bizarren und eigenartigen Geheimnisse an, die sie beherbergen mochten. Selbst mit optischen Hilfsmitteln betrachtet schien der Federal Hill irgendwie fremdartig, halb sagenhaft und verbunden mit den unwirklichen, unfassbaren Wundern von Blakes Erzählungen und Bildern. Diese Empfindung hielt noch lange vor, nachdem der Hügel im violetten, von Laternen besternten Zwielicht versunken war und das Flutlicht des Gerichtsgebäudes und das rote Werbezeichen des Industrial Trust aufgeflammt waren und die Nacht grotesk erscheinen ließen. Von allen fernen Objekten auf dem Federal Hill faszinierte eine große, dunkle Kirche Blake am meisten. Sie hob sich zu gewissen Tageszeiten besonders deutlich ab und im Sonnenuntergang ragte der große Turm mit seiner auffälligen Spitze schwarz und drohend in den flammenden Himmel. Die Kirche schien besonders hoch zu liegen, denn die russige Fassade und die aus der Schräge gesehene Nordseite mit dem geneigten Dach und den oberen Enden der großen Spitzfenster erhob sich kühn über dem Gewirr der sie umgebenden Firstbalken und Schornsteinaufsätze. Sie war eigenartig düster und streng und schien aus Steinen erbaut zu sein, befleckt und verwittert vom Rauch und von den Stürmen eines Jahrhunderts oder mehr. Vom Stil her war sie, soweit das Fernglas erkennen ließ, in jener frühesten experimentellen Form der Neugotik gehalten, die der pompösen Abjohn-Periode voranging und einige der Formen und Proportionen des georgianischen Zeitalters beibehielt. Vielleicht war sie um 1810 oder 1815 errichtet worden. Während die Monate dahin gingen, betrachtete Blake das entlegene, irgendwie bedrohliche Bauwerk mit merkwuerdig steigendem Interesse. Da in den gewaltigen Fenstern nie Licht zu sehen war, nahm er an, dass die Kirche leer stand. Je länger er sie betrachtete, desto stärker arbeitete seine Vorstellungskraft, bis er sich schliesslich merkwuerdige Dinge einzubilden begann. Er glaubte, eine vage, einzigartige Aura der Verlassenheit schwebe ueber dem Ort, so dass selbst die Tauben und Schwalben das rauchgeschwaerzte Dachgesims mieden. Um alle anderen Türme und Glockentuerme enthüllte ihm sein Fernglas große Scharen von Voegeln, doch hier rasteten sie nie. Zumindest glaubte er das und hielt es auch in seinem Tagebuch fest. Er wies mehrere Freunde auf diesen Ort hin, aber keiner von ihnen war jemals auf dem Federal Hill gewesen oder hatte auch nur die leiseste Ahnung, was es mit der Kirche jetzt oder früher auf sich hatte. Im Frühjahr wurde Blake von einer tiefen Rastlosigkeit ergriffen. Er hatte die Arbeit an seinem lange geplanten Roman begonnen, das Werk sollte von dem vermeintlichen Ueberleben des Hexenwesens in Maine handeln, kam aber sonderbarerweise dabei nicht weiter. Immer hoefiger saaß er an seinem nach Westen blickenden Fenster und spaete auf den fernen Hoegel und den schwarzen, bedrohlichen Kirchturm, der von den Voegeln gemieden wurde. Als in den Gerten zarte Blatter an den Aesten zum Vorschein kamen, wurde die Welt von neuer Schönheit erfuellt, doch Blakes Rastlosigkeit wuchs nur noch weiter an. Da ueberlegte er zum ersten Mal, die Stadt zu durchqueren und jenen sagenumwobenen Hoegel in die rauchumkrenzte Welt der Traume hinaufzusteigen. Ende April, kurz vor der aeonenalten Walpurgisnacht, ging Blake auf seine erste Reise ins Unbekannte. Er trottete durch die endlosen Straßen der Innenstadt und ueber die kahlen, verfallenen Plätze dahinter und endlich gelangte er auf jene ansteigende Allee mit ihren jahrhundertealten Stufen, windschiefen, dorischen Portalen und Kuppeln mit trueben Fenstern, die, so fuehlte er, hinauf in die ihm lang bekannte, unerreichbare Welt jenseits der Nebel fuehren muste. Da gab es schmutzige, blau-weiße Straßenschilder, die ihm nichts sagten, und alsbald bemerkte er die fremden, dunklen Gesichter in der vorueberziehenden Menge und die auslendischen Schriftzeichen ueber merkwuerdigen Läden in braunen, seit Jahrzehnten verwitterten Gebäuden. Nirgends konnte er eines der Objekte finden, die er von Weitem gesehen hatte, so dass er sich erneut halb einbildete, der ferne Federal Hill sei eine Traumwelt, die der Fuß eines lebenden Menschen nie betreten durfe. Dann und wann zeigte sich eine mitgenommene Kirchenfassade oder ein baufaelliger Turm, aber nie das geschwaerzte Bauwerk, nachdem er suchte. Als er einen Ladenbesitzer nach einer großen, steinernen Kirche fragte, lachelte der Mann und schuettelte den Kopf, obwohl er gut Englisch sprach. Als Blake hoher stieg, schien die Gegend immer fremdartiger zu werden, und verwirrende, irrgerten, duesterer, brauner Gassen fuerhrten ewig weit gen Sueden. Er ueberquerte zwei oder drei breite Straßen und glaubte einmal, einen vertrauten Turm zu erblicken. Wiederum fragte er einen Händler nach der massigen Steinkirche, und dieses Mal haette er schworen koennen, dass die an den Tag gelegte Unkenntnis nur vorgetauscht war. Das Gesicht des dunkelhautigen Mannes zeigte einen Ausdruck der Furcht, die er zu verbergen suchte, und Blake sah, wie er mit der rechten Hand ein eigenartiges Zeichen machte. Dann erhob sich mit einem Mal zu seiner Linken ein schwarzer Spitzturm ueber den Reihen brauner Dächer, die die verworren, suedwärts fuehrenden Gassen saumten. Blake wusste sogleich, worum es sich handelte, und stuerzte ueber die verwahrlosten, ungepflasterten Gehwege, die von der Allee abzweigten, darauf zu. Zweimal verlief er sich, doch aus irgendeinem Grunde wagte er es nicht, die Patriarchen oder Hausfrauen zu fragen, die vor ihren Häusern saassen, oder eines der Kinder, die im Schlamm der schattigen Wege schrien und spielten. Endlich sah er den Turm deutlich im Suedwesten. Ein gewaltiger Steinhaufen erhob sich dunkel am Ende einer Gasse. Alsbald stand er auf einem windgepeitschten, offenen Platz mit altmodischen Pflastersteinen und einer hohen Mauer auf der gegenueberliegenden Seite. Dies war das Ende seiner Suche, denn auf dem breiten, von einem Eisenzaun umgebenden, unkrautuberwucherten Plateau, das von der Mauer gestuetzt wurde, eine eigene kleine Welt, die sich fast zwei Meter über die umliegenden Straßen erhob, stand ein duesterer, riesenhafter Bau, über dessen Identität keinerlei Zweifel bestanden, obwohl ihn Blake nun aus einem neuen Blickwinkel sah. Die leerstehende Kirche war stark baufällig. Manche der hohen Steinbogen waren herabgestuerzt, und mehrere feingearbeitete Zierpfeiler lagen wie verloren inmitten des wuchernden braunen Unkrauts. Die vom Ruß geschwärzten gotischen Fenster waren groesstenteils unversehrt, obwohl viele der steinernen Mittelpfosten fehlten. Blake fragte sich, warum die obskur bemalten Fensterscheiben so gut erhalten geblieben waren, angesichts der bekannten Gewohnheiten kleiner Jungen ueberall in der Welt. Die massiven Turen waren intakt und fest verschlossen. Oben auf der Mauer, die das Gelände zur Gänze umschloss, verlief ein rostiger Eisenzaun, dessen Pforte, die sich am oberen Ende einer Treppenflucht befand, die vom Platz empor führte, sichtbar mit einem Vorhaengeschloss gesichert war. Der Weg von der Pforte zum Gebäude war voellig zugewachsen. Verlassenheit und Verfall hingen wie ein Leichentuch ueber dem Ort, und angesichts der Simse, auf denen keine Voegel rasteten, und der schwarzen Mauern, an denen kein Efeu rankte, verspuerte Blake einen vagen Hauch des Unheimlichen, den er nicht zu bestimmen vermochte. Es befanden sich nur wenige Menschen auf dem Platz, aber Blake sah einen Polizisten am noerdlichen Ende und naeherte sich ihm, um den Mann wegen der Kirche zu befragen. Es handelte sich um einen grossgewachsenen, kreftigen Iren, und es kam Blake sonderbar vor, dass er sich nur bekreuzigte und murmelte, dass die Leute nie ueber dieses Gebäude spraechen. Als Blake ihm zusetzte, sagte er sehr eilig, dass die italienischen Priester alle davor warnten und schworen etwas ungeheuer Boeses, aber einstmals dort gehaust und sein Zeichen hinterlassen. Sein eigener Vater, der sich gewisser Geräusche und Geruechte aus seiner Kindheit entsinne, habe ihm gegenüber duestere Andeutungen gemacht. In der alten Zeit habe eine ueble Sekte dort gehaerscht, eine verbrecherische Sekte, die scheuessliche Wesen aus unbekannten Abgruenden der Nacht heraufbeschworen hatte. Man habe einen guten Priester gebraucht, um das zu exorzieren, was gekommen sei, obwohl manche Menschen glaubten, dass nur das Licht diese Macht besitze. Waehre Pater O'Malley noch am Leben, so gaebe es noch vieles zu erzaehlen. Doch nun bliebe nichts mehr zu tun, als es in Frieden zu lassen. Es schade jetzt niemandem mehr, und jene, die es beherrscht hatten, seien tot oder weit fort. Sie seien fortgelaufen wie die Ratten nach dem bedrohlichen Gerede im Jahr 1877, als den Leuten aufzufallen begann, dass in der Nachbarschaft dann und wann Menschen verschwanden. Eines Tages wuerde die Stadt einschreiten und das Grundstueck wegen fehlender Erben fuer sich beanspruchen, doch kaeme wenig Gutes dabei heraus, wenn irgendjemand daran ruerte. Besser sei es, die Kirche so lange in Frieden zu lassen, bis sie einstuerze, auf das man keine Wesen reize, die fuer immer im schwarzen Abgrund ruhen sollten. Als der Polizist gegangen war, blieb Blake stehen und starrte das duestere Gebäude mit dem Turm an. Es erregte ihn, dass andere dieses Bauwerk genauso finster zu finden schienen wie er, und er fragte sich, welches Kornchen Wahrheit wohl in den alten Geschichten stecken mochte, von denen der alte Blaurock erzaehlt hatte. Vermutlich handelte es sich um bloße Legenden, die von der boesen Ausstrahlung des Ortes heraufbeschworen wurden, doch selbst dann schien es wie ein sonderbares Lebendigwerden einer seiner eigenen Erzaehlungen. Die Nachmittagssonne trat hinter den sich zerstreuenden Wolken hervor, schien aber unfaehig, die befleckten, vom Ruß geschwaerzten Mauern des alten Tempels zu erhellen, die sich auf dem hohen Plateau erhoben. Eigenartig war, daß das Gruen des Frühlings, das braune, welke Kraut in dem erhöhten, vom Eisenzaun umgebenen Hof nicht berührt hatte. Blake schlich immer näher an die Anhöhe heran und untersuchte die Mauer und den rostigen Zaun nach einem Schlupfloch. Der geschwaerzte Tempel war schrecklich verlockend, und Blake vermochte dem nicht zu widerstehen. In der Nähe der Treppe hatte der Zaun keine Lücke, doch zur nördlichen Seite hin fehlten einige Streben. Er koennte die Stufen hinaufsteigen und auf der schmalen Mauerkrone vor dem Zaun entlang gehen, bis er an die Lücke gelangte. Wenn die Menschen diesen Ort so sehr fürchteten, würde er mit keiner Störung rechnen müssen. Er war auf der Mauer und schon fast jenseits des Zaunes, ehe jemand sein Tun bemerkte. Als er dann hinabspähte, sah er, wie einige wenige Leute auf dem Platz sich davonschlichen und mit der rechten Hand dasselbe Zeichen machten wie der Ladenbesitzer in der Allee. Mehrere Fenster wurden zugeschlagen, und eine fettleibige Frau stürzte auf die Straße und zerrte einige kleine Kinder in ein klappriges, ungestrichenes Haus. Die Lücke im Zaun war sehr leicht zu durchdringen, und es dauerte nicht lange, da stapfte Blake durch die faulenden, ineinander verschlungenen Gewächse des verlassenen Hofes. Die verwitterten Stümpfe von Grabsteinen hier und da sagten ihm, dass hier einst Begräbnisse stattgefunden hatten. Doch musste das, wie er feststellte, sehr lange her sein. Die schiere Masse der Kirche wirkte auf ihn bedrückend, da er ihr nun nahe war, aber er überwand seine Laune und schritt näher, um es an den drei großen Türen der Vorderseite zu versuchen. Alle waren fest verschlossen, weshalb er einen Rundgang um das zyklopische Gebäude machte, um einen kleineren und benutzbaren Eingang zu finden. Aber selbst für diesen Fall war er unschlüssig, ob er diesen verlassenen und schattigen Schlupfwinkel überhaupt zu betreten wünschte. Doch der Sog der Fremdartigkeit zog ihn wie von selbst weiter. Ein gähnendes, unverschaltes Kellerfenster auf der Rückseite bot den gesuchten Zugang. Als Blake hineinspähte, sah er einen unterirdischen Abgrund voller Spinnweben und Staub, der von den gedämpften Strahlen der Sonne im Westen schwach beleuchtet wurde. Schutt, alte Fässer und zertrümmerte Kisten und Möbelstücke verschiedenster Art traten in sein Blickfeld, wenn auch über allem ein Leichentuch von Staub lag, das alle kantigen Umrisse abdämpfte. Die verrosteten Überreste eines Heißluftofens bewiesen, dass das Gebäude bis in die Mitte der viktorianischen Epoche genutzt und instand gehalten worden war. Fast ohne eigenständiges Zutun kletterte Blake durchs Fenster und ließ sich auf den mit Staub und Schutt bedeckten Betonboden hinab. Der Gewölbekeller war sehr groß und wies keine Trennwände auf. In einem Winkel weit zur Rechten sah er inmitten dichter Schatten einen schwarzen Torbogen, der offenkundig nach oben führte. Er verspülte ein eigenartiges Gefühl der Beklemmung, sich tatsächlich im Innern des großen gespenstischen Gebäudes zu befinden, unterdrückte es aber, als er sich vorsichtig umblickte. Er fand ein noch heiles Fass im Staub, das er an das offene Fenster rollte, damit es ihm später beim Ausstieg behilflich sei. Dann fasste er sich ein Herz und durchquerte den weiten, mit Spinnwebgerlanden geschmückten Raum in Richtung Torbogen. Halb erstickt vom allgegenwärtigen Staub und bedeckt mit gespenstischen Spinnfäden erreichte er die abgenutzten Steinstufen, die in die Finsternis empor führten und begann mit dem Aufstieg. Er hatte kein Licht, sondern tastete sich behutsam mit den Händen voran. Nach einer scharfen Biegung fühlte er vor sich eine verschlossene Tür und nach etwas Herumtasten entdeckte er die altertümliche Klinke. Die Tür öffnete sich nach innen und dahinter sah er einen trüb erleuchteten Korridor mit wurmstichiger Holzvertaefelung an den Wänden. Als er sich im Erdgeschoss befand, begann Blake mit einer raschen Untersuchung des Gebäudes. Alle Türen im Innern waren unverriegelt, sodass er ungehindert von einem Raum zum anderen gelangte. Das kolossale Mittelschiff war ein geradezu grauenhafter Ort mit seinen Bergen von Staub auf den Bänken, dem Altar, der stundenglasförmigen Kanzel und dem Podium, sowie den dicken Strängen an Spinnennetzen, die zwischen den Spitzbögen der Empore hingen und sich um die gedrängten gotischen Säulen schlangen. Über all dieser totenstillen Verlassenheit spielte ein scheußlich-bleiernes Licht, als die niedrigstehende Nachmittagssonne ihre Strahlen durch die merkwürdigen, halb geschwärzten Scheiben der großen Absis-Fenster sandte. Die Bilder auf jenen Fenstern waren so verdunkelt vom Ruß, dass Blake das Dargestellte kaum erkennen konnte, doch das Wenige, das er sah, gefiel ihm nicht. Die Dekorationen waren größtenteils herkömmlicher Art und seine Kenntnis obskurer Symbolik verriet ihm viel über die altertümlichen Motive. Die wenigen dargestellten Heiligen wiesen Gesichtszüge auf, die überaus bedenklich waren, während eines der Fenster lediglich eine dunkle Fläche mit darüber verstreuten, eigenartig leuchtenden Spiralen zu zeigen schien. Als er sich von den Fenstern abwandte, bemerkte Blake, dass das von Spinnweben verhangene Kreuz über dem Altar nicht von gewöhnlicher Art war, sondern dem urtümlichen Anch oder Krux Ansata des finsteren Ägypten glich. In einer hinteren Sakristei neben der Absis entdeckte Blake ein vermodertes Schreibpult und bis an die Decke reichende Regale voller schimmelnder, zerfallender Bücher. Hier überkam ihn zum ersten Male eine spürbare Erschütterung objektiven Grauens, denn die Titel jener Bücher verrieten ihm viel. Es handelte sich um die schwarzen, verbotenen Schriften, von denen die meisten vernünftigen Menschen nie gehört haben, oder wenn, dann nur verstohlen und furchtsam flüsternd. Die verbannten und gefürchteten Quellen fragwürdiger Geheimnisse und unerdenklicher Formeln, die aus den Frühtagen der Menschheit mit dem Zeitenfluss herabgesickert sind und sogar aus jenen dunklen, sagenhaften Tagen, bevor ein Mensch die Welt betrat. Er hatte selbst viele der Werke gelesen. Eine lateinische Ausgabe des verabscheuten Necronomicon, das finstere Liber Ivonis, das berüchtigte Kulte de Gaulle, des Compte d'Erlette, von Junsts unaussprechliche Kulte und das höllische Devermi-Mysterie des alten Ludwig Prin. Doch waren da noch andere, die er nur dem Namen nach oder überhaupt nicht kannte, die pnakotischen Manuskripte, das Buch Dsyan und ein zerfallener Band in gänzlich unleserlichen Schriftzeichen, aber mit gewissen Sinnbildern und Diagrammen, die dem Erforscher des Okkulten auf schauerliche Weise vertraut waren. Die langlebigen Gerüchte in diesem Viertel hatten eindeutig nicht gelogen. Dieser Ort war einst der Sitz von etwas Bösem gewesen, das älter war als die Menschheit und größer als das uns bekannte Weltall. In dem modrigen Schreibpult befand sich eine kleine, in Leder gebundene Chronik mit Einträgen in einer sonderbaren Geheimschrift. Das Manuskript bestand aus den üblichen traditionellen Symbolen, die man heutzutage in der Astronomie verwendet und im Altertum, in der Alchemie, der Astrologie und anderen zweifelhaften Künsten gebrauchte. Die Sinnbilder für Sonne, Mond, Planeten, Himmelsrichtungen und Sternzeichen. Hier häuften sie sich auf eng beschriebenen Seiten in Gliederungen und Unterteilungen, die darauf hinwiesen, dass jedes Symbol einem Buchstaben des Alphabetes entsprach. In der Hoffnung, die Geheimschrift später enträtzeln zu können, nahm Blake diesen Band an sich und verstaute ihn in der Manteltasche. Viele der großen Bände auf den Regalen übten eine unaussprechliche Faszination auf ihn aus und er fühlte sich versucht, sie zu einem späteren Zeitpunkt auszuborben. Er fragte sich, wie sie so lange ungestört hatten hier verbleiben können. War er denn der Erste, der die erstickende, allgegenwärtige Furcht überwunden hatte, die mehr als 60 Jahre lang diesen verlassenen Ort vor Besuchern geschützt hatte? Da er nun das Erdgeschoss gründlich erforscht hatte, bahnte Blake sich wieder seinen Weg durch den Staub des gespenstischen Mittelschiffes hin zum Vestibül, wo er eine Tür und eine Treppe gesehen hatte, die vermutlich hinauf in den schwarzen Glockenturm führte. Ein Ort, der ihm aus der Entfernung seit langem schon vertraut war. Der Aufstieg war eine erstickende Angelegenheit, denn der Staub lag dick auf den Stufen, während die Spinnen an diesem beengten Ort am schlimmsten gewütet hatten. Es handelte sich um eine Wendeltreppe mit hohen und schmalen Holzstufen und dann und wann kam Blake an einem trüben Fenster vorbei, das in schwindelnder Höhe die Stadt überblickte. Obgleich er unten keine Seile gesehen hatte, erwartete er, eine Glocke oder ein Glockenspiel im Turm zu finden, dessen enge, überdachte Spitzbogenfenster er mit dem Feldstecher so oft betrachtet hatte. Doch es erwartete ihn eine Enttäuschung, denn als er das Ende der Treppe erreichte, fand er in der Turmstube keine Glocke vor, da dieser Raum eindeutig anderen Zwecken gedient hatte. Sein Durchmesser betrug ungefähr viereinhalb Meter und er wurde durch vier verglaste Spitzbogenfenster schwach beleuchtet, von denen sich auf jeder Seite eins befand. Die Fenster verdeckten wurmstichige Fensterläden, die zudem mit undurchsichtigen, mittlerweile jedoch größtenteils zerfallenen Leinwänden versehen worden waren. In der Mitte des staubbedeckten Bodens erhob sich ein merkwürdig gewinkelter Steinpfeiler von etwas mehr als einem Meter Höhe und einer durchschnittlichen Breite von 60 Zentimetern, der auf jeder Seite mit bizarren, grob eingemeißelten und völlig unleserlichen Hieroglyphen bedeckt war. Auf diesem Pfeiler ruhte eine metallene Kiste von sonderbar asymmetrischer Form, deren Deckel aufgeklappt war. Im Innern befand sich etwas, das unter dem Staub von Jahrzehnten wie ein eiförmiger oder unregelmäßig kugelförmiger Gegenstand von ungefähr zehn Zentimetern Durchmesser aussah. Um den Pfeiler herum standen in einem angedeuteten Kreis sieben gotische Stühle mit hohen Rückenlehnen, die größtenteils noch heil waren, während sich hinter ihnen an die dunkel vertäfelten Wände gelehnt sieben gewaltige Standbilder aus bröckligem, schwarz bemaltem Gips befanden, die sehr stark den rätselhaften Megaliten der geheimnisvollen Osterinseln ähnelten. In einem Winkel der Spinnweb verhangenen Kammer war eine Leiter in die Mauer eingelassen, über die man eine verschlossene Falltür erreichen konnte, die zu der fensterlosen Turmspitze darüber führte. Als Blake sich allmählich an das schwache Licht gewöhnt hatte, bemerkte er seltsame Flachreliefs auf der merkwürdigen, offenstehenden Kiste aus gelblichem Metall. Er ging näher heran und versuchte, den Staub mit den Händen und einem Taschentuch zu entfernen, und er sah, dass die Darstellungen von monströser und gänzlich fremder Art waren. Sie stellten Wesen dar, die, ob schon sie lebendig zu sein schienen, keiner bekannten Lebensform glichen, die sich auf diesem Planeten je entwickelt hatte. Die vermeintliche Kugel von 10 Zentimetern Durchmesser stellte sich als fast schwarzes, rot gestreiftes Polyeder mit vielen unregelmäßig flachen Oberflächen heraus. Entweder war es ein äußerst bemerkenswerter Kristall oder ein künstliches Objekt aus einem zugeschnittenen und auf Hochglanz geschliffenen Mineral. Es berührte den Boden der Kiste nicht, sondern wurde durch ein metallenes Band um seine Mitte in der Schwebe gehalten, von dem sieben eigenartig gestaltete Stützstreben horizontal zu Halterungen im oberen Innenraum der Kiste ausgingen. Dieser Stein übte auf Blake gleich nach seiner Entdeckung eine fast erschreckende Faszination aus. Er vermochte kaum den Blick davon abzuwenden und als er seine schimmernden Oberflächen betrachtete, glaubte er fast, der Stein sei durchsichtig und enthielte halb geformte Welten voller Wunder. In seinen Geist strömten Bilder fremder Planeten mit großen steinernen Türmen und von weiteren Planeten mit titanischen Bergen ohne jede Spur von Leben und Bilder noch entlegen Einer Orte, wo nur eine Regung in der undeutlichen Schwerze die Gegenwart von Bewusstsein und Willen verriet. Als er dann doch den Blick abwandte, bemerkte er einen recht eigenartigen Staubhügel in der entlegenen Ecke neben der Leiter zur Turmspitze. Weshalb dies seine Aufmerksamkeit fesselte, vermochte er nicht zu sagen, doch etwas an den Konturen übermittelte seinem Unterbewussten eine Botschaft. Nachdem er sich seinen Weg dorthin gebahnt und dabei die herabhängenden Spinnweben beiseite gewischt hatte, spürte er, dass es sich um etwas Grausiges handeln musste. Hand und Taschentuch enthüllten bald die Wahrheit und Blake stockte vor Verblüffung der Atem. Es war ein menschliches Gerippe und es musste sich dort schon seit sehr langer Zeit befinden. Die Kleidung bestand nur noch aus Fetzen, doch ein paar Knöpfe und Stofffetzen verrieten den grauen Anzug eines Mannes. Es gab noch andere Beweisstücke, Schuhe, Metallspangen, Manschettenknöpfe, eine altmodische Anstecknadel, einen Presseausweis des alten Providence Telegram und ein zerfallendes Notizbuch aus Leder. Blake untersuchte Letzteres sorgfältig und fand darin mehrere antiquierte Geldscheine, einen Werbekalender aus Celluloid für das Jahr 1893, einige Visitenkarten mit dem Namen Edwin M. Lillibridge und ein Papier, das mit Bleistiftnotizen bedeckt war. Dieses Papier war von sehr verwirrender Natur und Blake las es aufmerksam vor dem trüben, nach Westen gelegenen Fenster. Der zusammenhanglose Text enthielt Sätze wie die folgenden. Professor Enoch Bowen Mai 1844 zurück aus Ägypten kauft im Juli die alte Free-Will-Kirche. Seine archäologischen Arbeiten und okkulten Studien sind weithin bekannt. Dr. Drown von der vierten Baptistenkirche warnt in Predigt vom 29. Dezember 1844 vor Weisheit der Sterne. Ende 45 Zusammenkunft 97 1890 1846 drei Vermisstenfälle erste Erwähnung des leuchtenden Trapezoeders 1848 sieben Vermisstenfälle erste Gerüchte über Blutopfer Ermittlungen 1853 führen zu nichts Geschichten über Geräusche Pater O'Malley erzählt von Teufelsanbetung mit Kiste die in großer ägyptischer Ruine gefunden wurde sagen sie rufen etwas herbei das im Licht nicht existieren kann flieht vor wenig Licht und wird von starkem Licht gebannt muss dann erneut beschworen werden weiß das vermutlich aus der Sterbebeichte von Francis X. Phiney der 49 der Weisheit der Sterne beitrat diese Leute behaupten dass leuchtende Trapezoeder zeige ihnen den Himmel und andere Welten und dass der Jäger der Finsternis ihnen auf irgendeine Weise Geheimnisse verrät Geschichte von Oren B. Eddy 1857 sie rufen es herbei indem sie in den Kristall blicken und verfügen über eigene Geheimsprache 1863 sind 200 oder mehr in der Gemeinde die Männer an der Front nicht mitgezählt irische Jungens stürmen 1869 Kirche nachdem Patrick Regan verschwand verschleierter Artikel im J vom 14. März 72 aber Leute sprechen nicht darüber 1876 sechs Vermissten Fälle geheimes Komitee wendet sich an Bürgermeister Doyle Maßnahmen angekündigt im Februar 1877 Kirche schließt im April Bande Burschen vom Federal Hill bedroht Doktor und Gemeindevertreter im Mai 181 Personen verlassen Stadt vor Ende 77 keine Namen erwähnt Spuk Geschichten beginnen um 1880 versuche Berichte zu bestätigen dass kein menschliches Wesen seit 1877 Kirche betreten hat Lennigan nach der Fotografie des Orts fragen die 1851 aufgenommen wurde Blake legte das Papier in das Notizbuch zurück und verstaute Letzteres in seinem Mantel ehe er sich dem im Staub liegenden Gerippe zuwandte die Bedeutung der Notizen war klar und es konnte keinen Zweifel daran geben dass dieser Mann vor 42 Jahren in das verlassene Gebäude gekommen war um nach einer Sensationsmeldung für die Zeitung zu suchen was sich vor ihm keiner gewagt hatte vielleicht hatte niemand sonst von seinem Vorhaben gewusst wer vermochte das zu sagen doch er war nie zu seiner Zeitung zurück gekehrt war eine tapfer unterdrückte Furcht in dem Regel geworden um ihn zu überwältigen und ein unerwartetes Herzversagen auszulösen Blake beugte sich über die schimmernden Gebeine und bemerkte ihren eigenartigen Zustand manche der Knochen waren regelrecht verstreut und einige wenige schienen an den Enden sonderbar zersetzt zu sein andere waren seltsam gelblich mit vagen Spuren von Verkohlungen diese Verkohlungen betrafen auch einige der Kleidungsüberreste der Schädel befand sich in einem überaus eigenartigen Zustand er war gelb gebeizt und wies oben eine verkohlte Öffnung auf als habe eine starke Säure sich durch das feste Gebein geätzt was im Laufe der vier Jahrzehnte stiller Ruhe hier mit dem Gerippe geschehen war vermochte Blake sich nicht vorzustellen noch ehe er es bemerkte betrachtete er wieder den Stein und ließ dessen sonderbaren Einfluß einen nebelhaften Festzug in seinem Geist herauf beschwören er sah Prozessionen verhüllter Gestalten deren Umrisse nicht menschlich waren und schaute endlose Meilen von Wüstensand umsäumt von behauenen in den Himmel ragenden Monolithen er erblickte Türme und Mauern in nächtlichen Tiefen unter Meer und Wirbel im Weltraum wo Fetzen schwarzen Nebels vor dem dünnen Schimmer kaltvioletter Dunstschleier schwebten und jenseits all dessen sah er einen unendlichen Abgrund der Finsternis wo feste und halbfeste Formen sich nur durch ihre windähnlichen Regungen bemerkbar machten und wolken gleiche Kraftfelder dem Chaos Ordnung folgen ließen und einen Schlüssel zu allen Paradoxien und Rätseln der uns bekannten Welten zu enthalten schienen Dann wurde der Bann mit einem Schlag durch das Eintreten einer nagenden unbestimmten panischen Furcht gebrochen Blakes Kehle schnürte sich zu und er wandte sich von dem Stein ab da er sich einer gestaltlosen fremdartigen Anwesenheit in seiner Nähe bewusst wurde die ihn mit grausiger Aufmerksamkeit beobachtete Er fühlte sich in etwas verstrickt Etwas das sich nicht im Stein befand sondern ihn durch diesen betrachtet hatte Etwas das ihm unablässig folgen würde mit einer Wahrnehmung bei der es sich nicht um körperliches Sehen handelte Eindeutig zehrte dieser Ort Und was mochte in den Schatten, die selbst die Vögel mieden, noch lauern? Es schien nun, als sei ein trügerischer Hauch von Fäulnis irgendwo in der Nähe aufgekommen, obwohl sein Ursprung nicht sichtbar war. Blake ergriff den Deckel der seit langem geöffneten Kiste und schlug ihn zu. Dieser bewegte sich ohne weiteres in den fremdartigen Angeln und verdeckte den zweifellos glühenden Stein völlig. Beim scharfen Klicken des Verschlusses schien ein schwaches Geräusch, sich in der ewigen Schwerze der Turmspitze jenseits der Falltür über ihm zu regen. Ratten, ohne Zweifel, die einzigen Lebewesen, die in diesem verfluchten Bauwerk ihre Gegenwart verraten hatten, seit er es betreten hatte. Und doch jagte diese Regung in der Turmspitze ihm eine schreckliche Angst ein, sodass er fast panisch die Wendeltreppe hinabstürzte, durch das gespenstische Mittelschiff in den Gewölbekeller hinaus in die anbrechende Abenddämmerung auf den verlassenen Platz und durch die wimmelnden, von Furcht erfüllten Gassen und Wege von Federal Hill hin zu den normalen Straßen der Stadtmitte und den heimatlichen gepflasterten Gehsteigen im Universitätsviertel. In den darauf folgenden Tagen erzählte Blake niemandem von seinem Erkundungsausflug. Stattdessen las er viel in gewissen Büchern, untersuchte viele Zeitungsjahrgänge im Archiv in der Innenstadt und arbeitete fieberhaft an dem Kryptogramm in jenem Lederband aus der Spinnweb verhangenen Sakristei. Bei der Geheimschrift handelte es sich, wie er bald erkannte, um keine einfache Verschlüsselung, und nachdem er sich lange daran versucht hatte, war er sicher, dass es sich bei der Sprache weder um Englisch, Latein, Griechisch, Französisch, Spanisch, Italienisch noch um Deutsch handelte. Offenkundig würde er aus den tiefsten Quellen seiner sonderbaren Gelehrsamkeit schöpfen müssen. Jeden Abend kehrte der alte Drang, wieder nach Westen zu blicken, und er sah den schwarzen Kirchturm wie einst inmitten der unzähligen Dächer einer entlegenen und halbsagenhaften Welt. Doch enthielt dieser Anblick nun einen neuen Beiklang von Grauen für ihn. Er wusste um das Erbe unheilvollen Wissens, das der Turm barg, und mit diesem Wissen ging die Fantasie auf merkwürdigen neuen Wegen mit ihm durch. Im Frühling kehrten die Zugvögel zurück, und als er ihren Flug im Licht der untergehenden Sonne beobachtete, glaubte er zu sehen, wie sie den schlanken, einsamen Kirchturm so stark wie nie zuvor mieden. Näherte sich ein Schwarm dem Turm, so glaubte er ihn in panischer Verwirrung auseinanderstieben und sich zerstreuen zu sehen, und er konnte das wilde Gezwitscher erahnen, das ihn über die dazwischenliegenden Kilometer nicht zu erreichen vermochte. Im Juni berichtete Blakes Tagebuch von seinem Sieg über die Geheimschrift. Der Text war, wie er entdeckte, in der geheimnisvollen Akklo-Sprache abgefasst, die gewisse Kulte aus böser Vorzeit benutzt hatten und die ihm von früheren Nachforschungen her einigermaßen bekannt war. Das Tagebuch ist merkwürdig zurückhaltend hinsichtlich dessen, was Blake entzifferte, doch offenkundig erstaunten und beunruhigten seine Ergebnisse ihn. Es gibt Anspielungen auf einen Jäger in der Finsternis, der durch einen Blick in das leuchtende Trapezoeder erweckt wird, und irrsinnige Mutmaßungen über die schwarzen Abgründe des Chaos, aus denen er gerufen wurde. Das Wesen wird als Bewahrer allen Wissens bezeichnet, das ungeheuerliche Opfer fordert. Manche von Blakes Einträgen zeugen von seiner Angst, das Wesen, das er heraufbeschworen glaubte, möge losziehen, wenngleich er hinzufügt, dass die Straßenlaternen ein Bollwerk bildeten, das nicht überschritten werden könne. Vom leuchtenden Trapezoeder spricht er häufig, bezeichnet es als Fenster der Gesamtheit von Zeit und Raum und verfolgt seine Geschichte zurück bis zu den Tagen seiner Anfertigung auf dem finsteren Jugott, lange bevor die Alten es zur Erde brachten. Es wurde von den Krinoiden der Antarktis als Schatz betrachtet und in die sonderbare Kiste gelegt, von den Schlangenmenschen Valusiens aus den Ruinen gerettet und Äonen darauf von den ersten menschlichen Wesen in Lemurien betrachtet. Es durchquerte sonderbare Lande und sonderbarere Meere und versank mit Atlantis, ehe ein minoischer Fischer es in seinen Netzen fing und es dunkelhäutigen Kaufleuten aus dem finsteren Käm verkaufte. Der Pharao Nefren K. erbaute einen Tempel mit einer fensterlosen Gruft um es herum und tat etwas, wofür sein Name von allen Denkmälern entfernt und aus allen Chroniken gestrichen wurde. Dann schlief es in den Ruinen jenes üblen Tempels, den die Priester und der neue Pharao zerstört hatten, bis der Spaten des Forschers es erneut zutage förderte, um den Fluch noch einmal über die Menschheit zu bringen. Anfang Juli ergänzten Zeitungsberichte auf eigenartige Weise Blakes Einträge, wenngleich auf so kurze und beiläufige Art, dass erst das Tagebuch die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang gelenkt hat. Es scheint, dass eine neue Welle der Angst auf dem Federal Hill umging, seitdem ein Fremder in die gefurchtete Kirche eingedrungen war. Die Italiener tuschelten von ungewöhnlichen Bewegungen und heftigen Stoessen und Kratzgeräuschen in der dunklen, fensterlosen Kirchturmspitze und baten ihre Priester, ein Wesen zu bannen, das sie in den Träumen heimsuchte. Etwas, so sagten sie, hielte beständig Wacht an der Tür, um zu sehen, ob es draußen finster genug sei, um sich hervorzuwagen. Presseberichte erwähnten, die Langlebigkeit des örtlichen Aberglaubens konnten indes kein Licht auf die früheren Hintergründe des Grauens werfen. Es war offensichtlich, dass die jungen Reporter von heute keine Altertumsforscher sind. Als er von diesen Dingen in seinem Tagebuch schreibt, bringt Blake eine sonderbare Art von Reue zum Ausdruck und redet von der Pflicht, das leuchtende Trapezoeder zu begraben und das zu bannen, was er heraufbeschworen hatte, indem er Tageslicht in die grässliche, aufragende Turmspitze dringen ließ. Zur gleichen Zeit offenbart er jedoch das gefährliche Ausmaß seiner Faszination und bekennt ein morbides Verlangen, das sogar in seine Traume sickert, den verfluchten Turm aufzusuchen und erneut in die kosmischen Geheimnisse des gluehenden Steines zu spaehen. Dann versetzte etwas in der Morgenausgabe des Journal vom 17. Juli den Tagebuchschreiber in ein wahrhaftiges Schreckensfieber. Es war dies nur eine Variante der ueblichen halbhumoristischen Berichte ueber die Unruhe auf dem Federal Hill, doch fuer Blake war es auf irgendeine Weise ueberaus furchtbar. In der Nacht hatte ein Gewitter das Beleuchtungssystem der Stadt fuer eine ganze Stunde außer Betrieb gesetzt, und in dieser Phase der Dunkelheit waren die Italiener fast wahnsinnig vor Angst geworden. Jene, die nahe der gefuerchteten Kirche wohnten, hatten geschworen, dass das Wesen im Turm das Verloeschen der Straßenlaternen zu seinen Gunsten genutzt haette und hinab in das Kirchenschiff gestiegen sei, wo es in einer boesartigen, gaenzlich furchtbaren Art und Weise Krach schlug. Schlieesslich sei es mit viel Gelerme den Turm wieder hinaufgestiegen, wo man das Bersten von Glas gehoert habe. Es konnte ueberall hin, so weit die Dunkelheit reichte, doch das Licht schlug es stets in die Flucht. Als der Strom wieder eingeschaltet wurde, hatte es einen erschuerternden Aufruhr im Turm gegeben, denn selbst das schwaechste Licht, das durch die ruessigen, ueberdachten Fenster drang, war dem Wesen bereits zu viel. Es war gerade noch rechtzeitig mit Lärm und Getoese in die nachtschwarze Turmspitze geglitten, denn eine zu lange Einwirkung von Licht hätte es zurueck in den Abgrund gesandt, aus dem der verrueckte Fremde es heraufbeschworen hatte. Waehrend der dunklen Stunde hatten sich um die Kirche Scharen betender Menschen mit Kerzen und Laternen versammelt, die sie mit gefalteten Zeitungen und Schirmen irgendwie vor dem Regen zu schuetzen versuchten. Eine Lichterwacht, um die Stadt vor dem Nachtmar zu erretten, der im Finsteren umgeht. Einmal habe, so erklaerten diejenigen, die der Kirche am naechsten gestanden hatten, das Tor auf graeßliche Weise gerasselt. Doch dies war nicht einmal das Schlimmste. An jenem Abend las Blake im Bulletin darüber, was die Reporter entdeckt hatten. Endlich auf den absonderlichen Nachrichtenwert der Panikwelle aufmerksam geworden, hatten zwei von ihnen den hysterischen Massen von Italienern getrotzt und waren durch das Kellerfenster in die Kirche geklettert, nachdem sie es umsonst an der Tuer versucht hatten. Sie fanden den Staub in der Vorhalle und im gespenstischen Mittelschiff in eigenartiger Weise aufgeruehrt und Haufen vermoderter Kissen und das Satinfutter der Kirchenbänke waren ringsumher merkwuerdig verstreut. Ueberall hing ein uebler Geruch und hie und da waren gelbe Flecken und wie verkohlt wirkende Spuren zu sehen. Als sie die Tuer zum Turm oeffneten und einen Moment lang innehielten, da sie oben ein schabendes Gerueusch zu hoeren glaubten, fanden sie die enge Wendeltreppe grob sauber gefegt vor. Der Turm selbst präsentierte sich in einem aehnlichen, halb gefegten Zustand. Die Reporter berichteten von dem siebeneckigen Steinpfeiler, den umgeworfenen gotischen Stuehlen und den bizarren Gipsbildern, wenngleich sie sonderbarerweise die Metallkiste und das alte, verstummelte Gerueppe nicht erwähnten. Was Blake mit Ausnahme der Hinweise auf Flecken und Verkohlungen und ueble Gerueche am meisten verstuerte, war das letzte Detail, das das berstende Glas erklaerte. Jedes einzelne der Spitzbogenfenster im Turm war zerschmettert worden, und zwei davon waren auf grobe und ueberstuerzte Weise mit der Fuellung des Kirchenbankfutters und der Kissen verdunkelt worden, indem das Material zwischen die Lamellen der Fensterlaeben gestopft wurde. Weitere Satinfetzen und Knäuel von Pferdehaaren lagen ueber den frisch gefegten Boden verstreut, als sei jemand bei dem Versuch unterbrochen worden, im Turm wieder vollkommene Finsternis herzustellen. Gelbliche Flecken und verkohlte Stellen fanden sich auf der Leiter zur fensterlosen Turmspitze, doch als einer der Reporter hinaufstieg, die Falltuer oeffnete und seine schwache Taschenlampe in den pechschwarzen und sonderbar uebelriechenden Raum richtete, sah er nichts als Dunkelheit und formlose Truemmer nahe der Oeffnung. Sie hielten das Ganze natürlich fuer Scharlatanerie. Jemand habe den aberglueubischen Bewohnern des Huegels einen Streich gespielt, oder aber ein Fanatiker habe versucht, zu ihrem vermeintlichen Besten ihre Aengste kuenstlich aufrecht zu erhalten. Vielleicht aber hatte auch einer der juengeren und weltgewandteren Anwohner der Außenwelt einen kunstvollen Schabernack gespielt. Es gab noch ein amusantes Nachspiel, als die Polizei einen Beamten schickte, um den Bericht zu ueberprüfen. Drei Manner hintereinander fanden Ausfluechte, um den Auftrag zu umgehen, und der vierte ging nur sehr widerstrebend hin und kehrte schon bald zurueck, ohne der Darstellung der Reporter etwas hinzuzuefuegen. Von diesem Zeitpunkt an zeigt Blakes Tagebuch eine wachsende Welle heimtueckischen Grauens und nervlicher Anspannung. Er ruegt sich selbst nichts zu tun und stellt wilde Spekulationen ueber die moeglichen Folgen eines weiteren Stromausfalls an. Es wurde bestaetigt, dass er zu drei Gelegenheiten immer waehrend eines Gewitters bei den Elektrizitaetswerken anrief und hysterisch flehte, man moege unbedingt Vorsichtsmaßnahmen gegen einen Stromausfall treffen. Dann und wann druecken seine Eintraege Sorge darueber aus, dass die Reporter bei ihrer Untersuchung des dunklen Turmzimmers weder die Metallkiste und den Stein noch das merkwuerdig beschadigte Gerippe gefunden hatten. Er nahm an, dass diese Dinge entfernt worden waren. Wohin? Oder von wem? Oder was? Das konnte er nur vermuten. Doch seine schlimmsten Ängste betrafen ihn selbst und die Art von unheiliger Beziehung, die er zwischen seinem Geist und jenem lauernden Grauen in der fernen Kirchturmspitze verspuerte, jenem ungeheuerlichen Wesen der Nacht, das seine Unbesonnenheit aus tiefsten schwarzen Räumen herbeigerufen hatte. Er schien ein bestaendiges Zerren an seiner Willenskraft zu spueren und die Besucher, die er zu jener Zeit empfing, erinnern sich, wie er geistesabwesend an seinem Schreibtisch saß und aus dem westlichen Fenster auf den entlegenen, von Türmen wimmelnden Hügel jenseits der Rauchwirbel der Stadt starrte. Seine Einträge verweilen eintönig bei gewissen, schrecklichen Träumen und einer Verstärkung der unheiligen Beziehung, die im Schlaf erfolge. Er erwähnt eine Nacht, in der er erwachte und entdeckte, dass er sich völlig angekleidet auf der Straße befand, wie mechanisch den College Hill hinab in westlicher Richtung gehend. Wieder und wieder gruebelt er ueber der Tatsache, dass das Wesen in der Kirchturmspitze weiss, wo es ihn finden kann. Der auf den 30. Juli folgenden Woche erinnert man sich als den Zeitpunkt von Blakes teilweisem Zusammenbruch. Er kleidete sich nicht an und bestellte alle Mahlzeiten telefonisch. Besucher bemerkten die Seile neben seinem Bett und er sagte, dass das Schlafwandeln ihn dazu gezwungen habe, jede Nacht seine Hand und Fußgelenke festzubinden, was ihn vermutlich zurueckhalten oder wenigstens wecken wuerde, sollte er versuchen, die Knoten zu loesen. In seinem Tagebuch berichtet er von dem grauenhaften Erlebnis, das den Zusammenbruch herbeigefuehrt hatte. Nachdem er sich in der Nacht des 30. zu Bett gelegt hatte, fand er sich plötzlich herumtastend in einem fast schwarzen Raum wieder. Sehen konnte er nur kurze, fahle, waagerechte Streifen bläulichen Lichtes, doch roch er eine ueberwältigende Fueulnis und hoerte ein sonderbares durcheinander sanfter, verstohlener Geräusche um sich her. Sobald er sich bewegte, stolperte er ueber etwas und bei jedem Laut drang wie zur Antwort von oben ein Geräusch herab, eine undeutliche Regung, vermischt mit dem behutsamen Gleiten von Holz auf Holz. Einmal ertastete er mit den Händen einen Pfeiler aus Stein mit glatter Oberfläche, waehrend er spaeter die Sprossen einer Leiter in der Wand ergriff und sich unsicher seinen Weg nach oben ertastete, wo der Gestank noch heftiger war und wo ein brennend heisser Luftstoß auf ihn niederging. Vor seinen Augen tanzte ein kaleidoskopischer Reigen fantastischer Bilder, die sich in regelmaessigen Abständen in den Anblick eines gewaltigen, unergruendlichen Abgrundes der Nacht aufloesten, worin Sonnen und Welten von noch tieferer Finsternis wirbelten. Er dachte an die uralten Legenden vom Urchaos, in dessen Mitte sich der blinde Idiotengott Azatot, der Herr aller Dinge, ausbreitet und von einer hupfenden Meute geistloser und unförmiger Tänzer umkreist wird, eingelullt vom dünnen, eintönigen Spiel einer von namenlosen Klauen gehaltenen dämonischen Flöte. Dann beendete ein heftiger Knall aus der Außenwelt Blakes Dämmerzustand und erweckte ihn zu dem unaussprechlichen Grauen seiner Lage. Was ihn bewirkt hatte, sollte er nie erfahren. Vielleicht war es ein verspäteter Nachhall eines der Feuerwerke, die man den ganzen Sommer über auf dem Federal Hill hört, wenn die Einwohner ihre verschiedenen Schutzheiligen oder die Heiligen ihrer Heimatdörfer in Italien feiern. Auf jeden Fall schrie er laut auf, ließ sich hysterisch von der Leiter fallen und stolperte blind links über den mit Hindernissen bedeckten Boden, der fast lichtlosen Kammer, die ihn umgab. Er wusste sogleich, wo er sich befand und stürzte verwegen die schmale Wendeltreppe hinab, wobei er bei jeder Biegung strauchelte und sich blaue Flecken schlug. Es folgte eine albtraumhafte Flucht durch ein gewaltiges Mittelschiff voller Spinnweben, dessen gespenstische Bögen in Welten lauernder Schatten hinaufreichten. Das blinde Klettern durch den schuttgefüllten Keller, der Aufstieg in die Außenwelt mit ihrer frischen Luft und den Straßenlaternen und ein irres Rennen den unheimlichen Hügel hinab, durch eine düstere, schweigende Stadt hoher schwarzer Türme und den steilen, ostwärts gelegenen Hang hinauf zu seiner eigenen, altertümlichen Haustüre. Als er am Morgen das Bewusstsein wiedererlangt hatte, lag er angekleidet auf dem Boden des Arbeitszimmers. Schmutz und Spinnweben bedeckten ihn, und jeder Zoll seines Körpers schien wund und gequetscht. Beim Blick in den Spiegel sah er, dass sein Haar übel versenkt war, während ein Hauch eines sonderbaren, bösartigen Geruchs seiner Oberbekleidung anzuhaften schien. Da erlitt er einen Nervenzusammenbruch. Danach lungerte er erschöpft in einem Hausmantel herum und tat wenig anderes, als aus dem westlichen Fenster zu starren, bei der Andeutung eines Gewitters zu erschaudern und wilde Einträge in sein Tagebuch zu schreiben. Der große Sturm brach kurz vor Mitternacht am 8. August los. Blitze schlugen mehrmals in allen Teilen der Stadt ein, und zwei bemerkenswerte Kugelblitze wurden gemeldet. Es regnete in Sturzbächen, während eine nicht endenwollende Donnersalve Tausenden eine schlaflose Nacht bereitete. Blake war außer sich vor Angst um das Beleuchtungssystem und versuchte gegen ein Uhr das Elektrizitätswerk anzurufen, obgleich zu diesem Zeitpunkt die Telefonverbindungen im Interesse der Sicherheit kurzfristig unterbrochen worden waren. Er zeichnete in seinem Tagebuch alles auf. Die großen, nervösen und oftmals unleserlichen Hieroglyphen der Einträge, die im Dunkeln blindlings gekritzelt wurden, sind selbst ein bretes Zeichen seiner wachsenden Panik und Verzweiflung. Er musste das Licht im Haus ausgeschaltet lassen, um aus dem Fenster sehen zu können, und es scheint, dass er die meiste Zeit am Schreibtisch zubrachte, wo er ängstlich durch den Regen über die nassglänzenden Kilometer der Dächer der Innenstadt auf die Konstellation ferner Lichter spähte, die Federal Hill kennzeichnete. Dann und wann machte er einen ungeschickten Eintrag in sein Tagebuch, so dass man vereinzelte Sätze wie »Die Lichter dürfen nicht ausgehen«, »Es weiß, wo ich bin«, »Ich muss es vernichten« und »Es ruft mich, aber vielleicht will es mir diesmal keinen Schaden zufügen«, »über zwei Seiten hinweg verstreut« findet. Dann gingen in der ganzen Stadt die Lichter aus. Dies geschah laut den Aufzeichnungen des Elektrizitätswerkes um zwei Uhr zwölf. Blakes Tagebuch liefert indes keine Zeitangabe. Der Eintrag lautet lediglich »Lichter aus«. Auf dem Federal Hill gab es ebenso ängstliche Beobachter wie ihn, und regendurchtränkte Menschenketten umstanden den Platz und die Gassen um die böse Kirche mit schirmgeschützten Kerzen, elektrischen Taschenlampen, Öllampen, Kruzifixen und obskuren Talismanen verschiedenster Art, wie sie in Süditalien üblich sind. Sie segneten jeden aufzuckenden Blitz und machten vor Angst rätselhafte Zeichen, als die Blitze nachließen und schließlich ganz aufhörten. Ein stärkerer Wind blies die meisten der Kerzen aus, sodass der Ort bedrohlich dunkel wurde. Jemand weckte Pater Merlutzu von der Kirche Santo Spirito und er eilte auf den trostlosen Platz, um jede hilfreiche Silbe zu rezitieren, die er kannte. Bezüglich der ruhelosen und eigenartigen Geräusche im schwarzen Turm konnte es keinerlei Zweifel geben. Für das, was sich um 2.35 Uhr zutrug, haben wir das Zeugnis des Priesters, eines jungen, intelligenten und gebildeten Mannes, des Streifenpolizisten William J. Monaghan von der Hauptwache, eines höchst zuverlässigen Beamten, der an diesem Ort seine Streife unterbrochen hatte, um die Menge zu inspizieren, und von den meisten der 78 Männer, die sich um die hohe Mauer der Kirche versammelt hatten, insbesondere jener auf dem Platz, von wo aus ihre ostwärts gelegene Fassade sichtbar war. Selbstverständlich geschah nichts, was erwiesenermaßen außerhalb der Naturgesetze gestanden hätte. Mögliche Ursachen für solch ein Ereignis gibt es viele. Niemand vermag eine sichere Aussage über die obskuren chemischen Vorgänge in einem großen, uralten, schlecht belüfteten und lange verlassenen Gebäude zu treffen. Mephitische Dünste, Selbstentzündungen, Druck von Verwesungsgasen, jedes einzelne von unzähligen Phänomenen mochte die Verantwortung dafür tragen. Außerdem kann natürlich der Faktor einer bewussten Täuschung keineswegs ausgeschlossen werden. Die Sache an sich war wirklich recht einfach und dauerte weniger als drei Minuten. Pater Merluzzo, stets ein Mann von Genauigkeit, blickte wiederholt auf die Uhr. Es begann mit einem deutlichen Anschwellen der dumpfen Tastgeräusche im schwarzen Ton. Seit einiger Zeit war aus der Kirche ein undeutlicher, merkwürdiger, übler Geruch gedrungen und dieser war nun sehr stark und ekelerregend geworden. Dann erfolgte schließlich ein Geräusch splitternden Holzes und ein großer, schwerer Gegenstand schlug unter der finsteren, östlichen Fassade im Hof auf. Der Turm war nun unsichtbar, da die Kerzen nicht mehr brannten, doch als das Objekt zu Boden fiel, wussten die Menschen, dass es sich um den rauchgeschwärzten Fensterladen des östlichen Turmfensters handelte. Unmittelbar darauf strömte ein gänzlich unerträglicher Gestank aus den unsichtbaren Höhen herab, der den zitternden Beobachtern vor Ekel die Kehlen zuschnürte und jene auf dem Platz fast niederstreckte. Zur selben Zeit bebte die Luft wie von den Schlägen flatternder Flügel und ein plötzlich aus Osten wehender Wind, der heftiger als alle vorigen Böen war, riss der Menge die Hüte von den Köpfen und verbog die tropfenden Schirme. Nichts Bestimmtes war in der lichtlosen Nacht sichtbar, wenngleich einige der emporspähenden Zuschauer glaubten, vor dem pechschwarzen Himmel einen großen, sich ausbreitenden Fleck noch tieferer Finsternis zu sehen, etwa wie eine formlose Rauchwolke, die mit kometenhafter Geschwindigkeit gen Osten raste. Das war alles. Die Zuschauer waren halb betäubt vor Furcht, Verblüffung und Unbehagen und wussten kaum, was sie tun oder ob sie überhaupt etwas tun sollten. Da sie nicht wussten, was geschah, gaben sie ihre Wacht nicht auf und einen Augenblick später sprachen sie ein Gebet, als ein heftiger, verspäteter Blitz, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donnern, den bewölkten Himmel zerriss. Eine halbe Stunde später hörte der Regen auf und nach weiteren 15 Minuten erstrahlten die Straßenlaternen wieder und schickten die erschöpften durch Nestenbeobachter erleichtert nach Hause. Am nächsten Tag fanden diese Geschehnisse in den Zeitungen nur beiläufig Erwähnung in Zusammenhang mit den allgemeinen Berichten über den Sturm. Es scheint, als wären der heftige Blitz und die betäubende Explosion nach dem Vorfall auf dem Federal Hill weiter östlich noch gewaltiger gewesen, wo man gleichfalls eine Welle des einzigartigen Fäulnisgeruchs wahrgenommen hatte. Das Phänomen war über dem College Hill am ausgeprägtesten gewesen, wo der Knall alle Anwohner aus dem Schlaf gerissen und zu erstaunten Spekulationen geführt hatte. Von jenen, die bereits wach gewesen waren, sahen nur wenige den absonderlichen Lichtblitz nahe der Hügelspitze und bemerkten den unerklärlichen, nach oben gerichteten Luftstrom, der die Bäume fast des Laubes beraubt und die Pflanzen in den Gärten entwurzelt hatte. Man war sich darin einig, dass der einzelne plötzliche Blitz irgendwo in der Nachbarschaft eingeschlagen haben musste, obwohl man später keinerlei Hinweis darauf fand. Ein Student im Haus der Tau-Omega-Burschenschaft glaubte, im selben Moment, als der Blitz einschlug, eine groteske und scheußliche Rauchmasse in der Luft gesehen zu haben, doch wurde seine Beobachtung von niemandem sonst bestätigt. Von den wenigen waren sich jedoch alle über den heftigen Luftstoß aus dem Westen und die Welle unerträglichen Gestankseinig, die dem Rauch vorangingen. Aussagen hinsichtlich des zeitweise auftretenden Brandgeruches nach dem Einschlag stimmen ebenfalls überein. Diese Aspekte wurden mit großer Aufmerksamkeit diskutiert, da sie vermutlich mit dem Tode Robert Blakes in Verbindung stehen. Studenten im Psi-Delta-Haus, aus dessen oberen, nach hinten weisenden Fenstern man in Blakes Arbeitszimmer blicken konnte, hatten am Morgen des Neunten das verschwommene weiße Gesicht am westlichen Fenster bemerkt und sich gefragt, was mit dem Gesichtsausdruck nicht stimmen mochte. Als sie an jenem Abend dasselbe Gesicht in derselben Position gesehen hatten, waren sie besorgt und beobachteten, ob Gewalt öffnen. Der starre Leichnam saß aufrecht am Schreibtisch vor dem Fenster und als die Eindringlinge die schimmernden, hervorgetretenen Augen und die Spuren blanker krampfhafter Angst auf dem verzerrten Gesicht sahen, wandten sie sich angewidert und entsetzt ab. Bald darauf führte der Leichenbeschauer seine Untersuchung durch und erklärte ungeachtet des unbeschädigten Fensters einen elektrischen Schlag oder einen durch elektrische Entladung ausgelösten Nervenschock zur Todesursache. Den grausigen Gesichtsausdruck ließ er gänzlich außer Acht und hielt ihn für eine nicht unwahrscheinliche Folge des tiefen Schocks, den eine Person von solch abnormer Fantasie und unausgewogenem Gefühlsleben erlitten haben musste. Diese letztgenannten Eigenschaften leitete er aus den Büchern, Gemälden und Manuskripten ab, die man in der Wohnung fand, und aus den blindlings hingekritzelten Einträgen in dem Tagebuch, das auf dem Schreibtisch lag. Blake hatte seine hysterischen Notizen bis zuletzt einer verkrampften Rechten fand man einen Bleistift mit abgebrochener Spitze. Die Einträge nach dem Stromausfall waren überaus unzusammenhängend und nur zum Teil lesbar. Aus ihnen haben gewisse Ermittler Schlussfolgerungen abgeleitet, die stark von dem materialistischen, offiziellen Befund abweichen, doch finden solche Spekulationen bei konservativ Gesinnten wenig Glauben. Der Sache dieser einfallsreichen Theoretiker wurde durch die Tat des abergläubischen Dr. Dexter nicht gerade geholfen, der die sonderbare Kiste und den winkligen Stein, ein fraglos von selbst leuchtendes Objekt, wie man in dem finsteren, fensterlosen Turm gesehen hatte, wo es gefunden worden war, in die tiefste Stelle der Narragansett Bay warf. Überbordende Fantasie und neurotische Unausgeglichenheit auf Blakes Seite, gesteigert durch das Wissen um die unheilvolle einstmalige Sekte, deren verwirrende Spuren er aufgedeckt hatte, stellen angesichts jener letzten hysterischen Notizen die allgemeine Diagnose dar. Dieses sind die Einträge oder das, was man davon entziffern kann. Lichter noch aus müssen schon fünf Minuten sein. Alles hängt von den Blitzen ab. Gebe ja dit, das ist weiter gewittert. Irgendein Einfluss scheint sich durchzusetzen. Regen, Donner und Wind betäuben. Das Ding übernimmt meinen Verstand. Probleme mit Gedächtnis. Ich sehe Dinge, die ich nie kannte. Andere Welten und andere Galaxien. Dunkel. Das Licht scheint dunkel und das Dunkel scheint Licht. Das können nicht der wahre Hügel und die wahre Kirche sein, die ich in der pechschwarzen Finsternis sehe. Müssen Blitze auf der Netzhaut sein. Gebe Gott, dass die Italiener mit ihren Kerzen draußen sind, wenn das Gewitter aufhört. Wovor habe ich Angst? Ist es denn nicht ein Avatar des Nyarlathotep, der im uralten und düsteren Keem gar die Gestalt eines Menschen annahm? Ich erinnere mich an Jugodt und das entlegene Reshagai und die äußerste Leere der schwarzen Planeten. Der lange beflügelte Flug durch die Leere kann das Universum des Lichtes nicht durchqueren. Wieder erschaffen von den Gedanken, eingefangen im leuchtenden Trapezoeder, schickt es durch die grauenhaften, strahlenden Abgründe. Mein Name ist Blake, Robert Harrison Blake aus der East Knap Street 620 in Milwaukee, Wisconsin. Ich bin auf diesem Planeten. Azatot sei mir gnädig. Es gibt keine Plätze mehr. Entsetzlich! Ich kann alles mit einem ungeheuerlichen Sinn sehen, der nicht die Gabe des Sehens ist. Licht ist dunkel und dunkel ist Licht. Jene Menschen auf dem Hügel wachen, Kerzen und Talismane, ihre Priester. Empfindung der Entfernung nun fort, fern ist nah und nah ist fern, kein Licht, kein Glas. Sehe diesen Turm, diesen Turm, Fenster, kann hören, Roderick Usher, bin wahnsinnig oder werde es. Das Ding regt sich und tastet im Turm umher. Ich bin es und es ist ich. Ich will raus, muss raus und die Kräfte vereinen. Es weiß, wo ich bin. Ich bin Robert Blake, aber ich sehe den Turm in der Dunkelheit. Da ist ein monströser Geruch. Sinne verwandelt, Bretter an diesem Turm bersten und geben nach. Jäh, N'gai, ik. Ich sehe es herkommen, Höllenwind, titanischer Fleck, schwarze Schwingen, Jok, so tot er rette mich, das dreigelappte, brennende Auge. äh.